Hola, ich bin Melissa aus Argentinien. Am 8. Dezember wird ein Weihnachtsbaum aufgebaut, ein unechter Tannenbaum aus Plastik, denn bei uns sind so etwas wie 30 Grad und da würde kein Baum das überleben. Am 24. trifft sich die ganze Familie, immer so 50, 60 Leute. Mitternacht kommen wir erst einmal zum Anstoßen mit Citra, das ist unser Seck. Die Party geht bis zum Morgen. Ein Tag, der hier nicht gefeiert wird, das ist Heiligen Drei Könige. Das ist am 6. Januar und da kriegen die Kinder die größten Geschenke des Jahres. Die stellen draußen an die Tür Wasser und Stroh für die Kamele, die eine lange Reise hatten. Feliz Navidad! Frohe Weihnachten!